Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hinter uns, Leute. Bleibt cool. Cool bleiben. Wir kommen hier alle raus. Alle raus. Ja, auf jeden Fall. Aber wo müssen wir hin? Da hinten. Verdammt. Außer Gefecht, was? Scheiße. Keine Zeit. Gut, dass du rechtzeitig hier warst. Klappe, wir haben keine Zeit zum Bluten. Wir haben echt keine Zeit zum Bluten. Aber warum kriegen wir so auf den Sack vor diesen NPCs? Los jetzt hier. Weitermachen. Was machen wir hier? Warum kriegen wir so auf den Sack vor diesen komischen Dödelköppen? Der Predator ist nicht mehr da. Der hat aber auch schon ein paar Kills gemacht. Ah, der hat wahrscheinlich aus der Ferne reingeballert und ich habe es nicht mitbekommen. Okay. Das sind auch immer wieder neue Missionen, oder? Ich meine, ich habe das Spiel schon so viele Stücken gespielt. Aber diese Missionen, die kommt mir so gänzlich unbekannt vor. So, was ist hier? Wow, was mache ich? Warum? R-2, warum ist R-2 Granate schmeißen? Warum? Was ist hier los? Kannst du bitte in die Kiste gucken? Ich bin zu blöd. Ich schmeiße mal Granaten rein. Alter, Lutz. Sehr gut. So, ich bin sehr gespannt, wenn der Predator wieder kommt. Ah, kaputt gemacht. Hinter mir. Irgendwo hier ist er doch. Da. Ja, Kopfschuss. So muss er es. Ich liebe es, wenn mein Käsefuß ein bisschen angeröstet riecht. So, okay. Sekundäre Lage. Das ist jetzt wahrscheinlich... Er ist da. Leute! Der da hinten, das ist nicht gut, dass der so weit weg rennt. Das war mein Fehler. In den letzten Runden. Und es ist ein Playstation-Johnny. Dem muss man helfen. Bringen wir die Mission zu Ende. Bleibt zusammen. Ja, los, komm jetzt hier. Erledigt das Ziel. Ja, echt mal. Macht hin, die Jungs. Ich glaube, das war das Schwein vor... Der Sound. Komm. Ey, das wird eine gute Runde. Das sind echt neue Missionen, ey, Leute. Die kenne ich noch nicht. Wie geil ist das? Finde ich sehr cool. Okay. Das finde ich sehr, sehr cool. Ganz ehrlich. Das Spiel stand unter keinem guten Stern. Das muss man ganz ehrlich sagen. Als es rauskam, es wurde schon gesagt, oh, es ist eine super Enttäuschung. Fand ich nicht. Aber sie haben es permanent gepatcht. Die haben neue Maps rausgemacht. Neue Skins, neue Waffen. Und... Oh, ja, es darf. Das heißt, ich werde ihn auf jeden Fall retten. Ich kann selbst aufstehen. Jederzeit. So, er haltet sich hier in der Nähe. Wo bist du? Da ist er. Da ist er. Ne, da, 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 da. Verpiss dich, Alter. Mach ich vom Acker. Ja, ey, das ist so cool, ne? Wenn er dann endlich mal da war. Wenn er dann da war, ey. Da hinten ist er. Da irgendwo. Okay, er weiß, wo wir sind. Jetzt wird es unangenehm. Oh, die Bombe geht gleich hoch. Und ich renne mal hin. Okay, blöd. Das ist da. Yes, wir haben ihn. Ich schaff's nicht. Ich krieg es nicht in die Sterbe. Ich habe noch nie den Predator entschärft bekommen. Es gibt anscheinend feste Muster. Und dann kriegt man das raus. Ich hab's nicht weggekriegt. Scheiße, Mann. Wir haben ihn platt gemacht. Er hat sich hochgejagt. Und wie viel hat er erwischt damit? Zwei. Zwei Soldaten mit dem Kill. Kack. Scheiße. Der war echt zu gierig. Ich hätte eigentlich das Messer nehmen müssen und abhauen. Aber es ist halt schon ein befriedigendes Gefühl, wenn man ihm selbst noch so die Knarren in den Kopf hält. Und dann abdrückt. Und dann in letzter Sekunde seine eigene Bombe entschärft. Und triumphal, wie man ist, dann noch die anderen Gureyas abknallt. Und das Forschungssubjekt mit nach Hause geht. Das ist leider nicht passiert. Ich bin draufgegangen. Aber ehrenvoll. Sackfand für doch mal. Tschüss. Geile Mission gewesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.